Das Hotel Santa Marina und Casa Santa Marina liegt in Venedig in Huay Nation, Venedig. Das Hotel Santa Marina und Casa Santa Marina ist sehr beliebt unter den Gästen, 91% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 78 Gäste, die das Hotel bewertet haben, vergeben durchschnittlich 5,1 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Eine bessere Lage für ein Hotel kann es nicht geben, so sehen es die Gäste des Hotels und bewerten den Standort mit 5,7 von 6 Sonnen. Service. 5,3 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Hotel allgemein. Sowohl die Sauberkeit als auch der Zustand des Hotels wird von den Gästen gelobt, was sich durch eine sehr guten Bewertung von 5,2 Sonnen von 5,2 Sonnen widerspiegelt. Gastronomie. Die Hotel Gäste sind sehr zufrieden mit den kulinarischen Angeboten des Hotels und vergeben 4,9 Sonnen von 6 Sonnen. Zimmer. Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,7 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Das ausbaufähige Unterhaltungs- und Sportprogramm des Hotels bewerten die Gäste mit 3, von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.